hallo ihr lieben ich habe heute wieder ein unboxing für euch allerdings diesmal kein diamond painting sondern ich habe ein miniatur haus bestellt und das kann heute an und das zeige ich euch jetzt ich habe das nur schon aufgeschnitten ansonsten habe ich noch nicht reingeschaut und ich würde sagen jetzt geht's los so sieht das ganze aus die house do it yourself ich sehe erstmal ganz viele kleinteile und dann hier die teile für das haus was wir alles selber zusammengesetzt werden muss das ist die anleitung die ist auch in englisch das schon mal gut mit farbigen bildern okay da war eben nur was man wie man es machen muss beziehungsweise was dabei ist und hier ist noch mal die genaue anleitung dabei ja okay ja was das ist keine ahnung das ist alles auf chinesisch hier ist das papier zum ausschneiden ich denke mal dass da noch eine vorlage ist einfach das ist das papier wie ich ausschneiden muss ja mal kurz hier in die tüte rein sorry ich bin immer noch krank also hier sehe ich schon mal diesen kleinen tannenbaum mal wieder rein kleine perlen grünzeug noch mehr holzteile elektrik wenn das haus sollte nämlich dann am ende leuchten können noch mehr perlen stoffe und wahrscheinlich hier fenster und co ja ich bin sehr gespannt wie das am ende aussehen wird und wie viel arbeit das sein wird so soll das ganze am ende aussehen das ist so ein kleines weihnachtshäuschen ich bin sehr gespannt ich habe es jetzt bei amazon gestellten gestern und es ist heute angekommen mit amazon prime und das gleiche haus gibt es auch bei aliexpress also ich habe jetzt 13 euro irgendwas bezahlt und bei aliexpress kostet das nur ein euro weniger und wer erst in weiß ich nicht ein zwei monaten angekommen und da das jetzt nur ein euro unterschied war ich einfach mal zufällig geschaut habe habe ich das einfach bei amazon gestellt und da bin ich mal sehr gespannt wenn es fertig ist ja ich hoffe das video hat euch gefallen und für mehr videos einfach einen daumen nach oben geben ich danke euch bis bald tschüss